Mein Name ist Werner Schmidt. Ich wohne in Waibling bei Stuttgart. Meine Hobbys sind Modellbau und alles, was mit Elektronik zu tun hat. Ihr habt nachgedacht. Irgendwann wird auch eins von unseren Autos brennen. Wir patrouillieren in unserer Nachbarschaft jede Nacht, bis wir die Sau erwischen. Henne an Nächt. Henne an Nächt. Hier geht's doch nicht um irgendwas. Hier geht's um unsere Autos. Woher kennen Sie unseren Dammer? Sibylle ist mein, äh, äh, na, wie sagt man gleich? Freundin. Ich bin Werners Freundin. Das sind ganz alleine Ihre Probleme, ganz alleine Ihre Probleme! Wo ist die Schlampe und wo hat sie das Video versteckt? Die Frau ist gefährlich! Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier eigentlich los ist? Hat Muskeln ja auch aufs Bett gesessen, hä? Auf mit der Scheibe! Spielen so eine geile Baumartsche wieder ab! Wo ist die Schneekugel? Ah! Ah! Scheiße! Ich könnte mich schon wieder aufregen. Es gibt da nur noch ein klitzig-k-k-k-leleines Problem. Es gibt kein Problem. Weil es kein Problem geben darf. Ein nix demnächst. Bald. Sehr bald. Auf und ein vorn. Auf und ein auf. Vielen Dank.